Ich bin zwar für Perona! Böse Zunge! Gegner sind etwas anfälliger für den Status-Effekt-Negativ-Fähigkeit für Perona. Und als nächstes Artist! Wo ist er des Captains++? Die Leiste für Spezialangriffe füllt sich automatisch sehr schnell! Er läuft sicher eh nicht mehr. Egal! Da wird zweifelst engst! Schlachtfeld-Charisma! Die Kizuna leicht erhöht sich leichter! Uh! Das ist sexy! Das kann sehr sexy sein! So wie ich Kizuna und Kizuna rasch, ne? Sexy Frank! Frank! 04 für Franky und Hancock! Es gibt noch einige Dinge für die Freischaltung der Fähigkeit Hochspannung Plus! Oh nein! Aber dafür bekommt Hancock ihr Gorgonen-Auge Plus! Schaden an versteuernden Gegnern wird etwas erhöht! Wie viel ist etwas? Was? Wie viel ist das? Wie viel ist das? Wie viel ist das? Das ist mein Glück! Oh nein! Ah! Schon sieben Mal! Ich dachte ich hätte das fünfmal! Schleich Attacke Plus verlängert etwas die Zeit die Gegner gelehnt! bleiben. Level 5 verschenkst! Ich bin auch ein Level abgeholt. Oh. Ich werde beim nächsten Mal mehr anstrengen, Häschen. Kraft des Eroberers. Haki des Eroberers wird stärker. Fähigkeit für Luffy, Ace, Hancock, Whitebeard, Doflamingo und Shanks. Warum ist dann nur Luffy abgebildet auf dem Icon? Weil die schlecht so viele Leute dahin klatschen können, Chicken. Das war Flappant. 3.000 Feine mit Sabo-Musik. Konzentration plus plus. Das heißt, es ist für Spezialangriffe fühlt sich viel leichter. Ja, aber ich will Schlachtfeil für Charisma plus. War stylisch, war auch das, was ich immer benutze, ne? Das heißt, weiter Sabo-Leveln. Der ist auf Sabo! Und Schlachtfeil Charisma plus. Die Kisuna-Leiste erhöht sich leichter. Körper des Helms plus. Verteilung wird alle 500 K.O.s etwas erhöht. JAHU! Es, obwohl Oos mal wieder so scheiße mir gegenüber war, wow! Oh, ich hasse Oos. Das dauert immer so lange, bis man den angreifen darf. Viel zu lang. Willkommen zurück zu One Piece by Warriors 3. Kleine Fräule Nacht. Chicken hat ihr Versprechen wahrgemacht. Auch wenn das etwas gedauert hat. Sieben Stunden. Und das Problem ist, das war nicht mal der erste Versuch. Nee, erst beim zweiten Mal. Ich hasse Oos. Ich hasse Oos. Egal. Gehen wir ins Sabo-Leveln. Oh, die Archipel. Lass mal den Fähigkeitsgrad wieder ändern. Was muss ich denn hier so machen? Besiege alle Marinekommandanten mit Nami! Inhand des Zeitlimits. Oh, Leute mit Nami wegrasieren. Also das erste Mal, als ich ja Nami hatte in Sloppy, das ging ja vollkommen in die Hose. Offscreen hat sie sich ein bisschen besser bewährt, als ich. Ne? Skypiea. Offscreen. Mit Nami für... Weiß ich nicht. Irgendwas halt. Wir sehen Kizaru und Sentumaru, bevor sie sich treffen. Das wird kacke. Ich bin hier nicht sicher, ob ich das für das erste Mal mit Nami schaffe. Aber okay, ich war auch schwer klein zu kriegen. In Water 7. Vollende Lore-Strategie innerhalb des Zeitlimits. Naja, zu Not mache ich das halt mehrmals. Bis hier Kizaru mit einem Kizuna-Angriff. Oh, Kizaru. Ah, hier kriege ich sogar eine Rele-Münze. Brauche ich die nicht, sondern auch für... War das Luffy? Weiß ich nicht. Ich lasse meinen Namen hier auswählen. Ich kenne sowieso von hier aus. Ja, das war Luffy. Luffy! Ha! Apropos Kizaru. Da hat man ja nicht mehr viel bis. Das ist so viel Maximum ist. Ich habe auch sieben Kuma-Münzen. Ja, Chicken, du hast ja auch oft kriegen Kuma geklatscht. Weil du Thriller-Bug gemacht hast. Hm. Okay, ich gebe mir auch noch. Ja, Himpel-Down. Was musste ich nochmal f... Ach, nur für ein Outfit war das sogar. Also nichts weltbewegendes, was ich hier gemacht habe mit Nami. Ach, Nami. Wie soll das? Periwachstum? Brauche ich nicht unbedingt. Outfits. Ja, Hochzeitskleid. Ja. Darin lässt es sich doch besonders gut kämpfen. Nicht? Samurai-Warrior-Kunoishi. Schicke Frisur. Geile Ohrringe. Dressrosa. Der Zopf ist eigentlich auch nicht schlecht. Ach, warum ist man so... ...sparsam bekleidet? Aber bringst du doch die Leute zum Blaschen. Wir wissen, sieht sie nicht so abgewagert aus wie Corona. Nehm ich denn das T-Warrior wieder? Wie bei Robin? Oder gehen wir ganz sexy? Samurai-Warrior. Ja. Wenn schon Samurai, warum darf ich nicht ihr aktuelles Outfit haben, was sie gerade in Hwano trägt? Weil das Spiel nur bis Dressrosa geht, checken. Oh. Oh. Was haben wir denn hier so... Ja, irgendeiner einer Verbündeten-Fleet. Angriffskraft anfühlen, wenn wir K.O. Kisuna-Angriffe werden stärker. Äh, Kizaru ist Logia. Will ich für Logia-Zeug reinnehmen? Schaden im Kisuna rasch erhöhen. Vielleicht mein Charisma. Ah, anstelle von... Wo haben wir denn mein Charisma? Ah, Schlachtfeld-Charisma plus. Kisuna-Leist erhöht sich leichter. Danke, Shanks und Sabo dafür. Ah, Kisuna-Angriffe werden stärker. Werden viel stärker, Chicken. Ja. Schaden im Kisuna rasch erhöhen. Hm. Ich hab halt einen Logia-Gegner. Und das ist auch noch ein Admiral. Logia, Logia, Logia. Weggefetzt! Yay! Ach, das sind die alle schon hier. Ich hab das noch einmal aufgeregt. Ich hab' dich mal ausgespolitisch gemacht. Kümmern wir uns mal um die Kommandanten. Wenn ich gerade die richtigen Fähigkeiten einsetzen würde. Was, viermal? Na, 3mal. Egal, einfach Kisuna rasch. Hahaha. Hahaha Saaah War ich nicht im Zeitlimit? Das war gerade Katsi mit Schatzereignis. Oder kommt das noch? Weil Schatzereignis mit... Moria hat auch etwas gebraucht, immer zu triggern. Ja! Es hat einfach nur gedauert, um zu triggern. Ja! Schatzereignis! Sorry! Ich wollte etwas, aber ich wollte mich für Sie, aber ich wollte mich für Sie. Ich wollte mich nicht mehr sagen, was ich? Ja, wenn ich mich nicht so verletzen muss, dann kann ich mich zu schlafen, was ich zu schlafen? Ich würde mich nicht so beurteilen, was ich? Ich würde mich nicht so verletzen, was ich nicht so verletzen. Nein, natürlich nicht so. Ich würde mich nicht so sagen, was ich nicht so verletzen. Ich habe mich nur so geholfen, dass ich mich so verletzen wollte. Ja, also eigentlich ist er ja harmlos. Zorro, er hat anderes ja weggelaufen. Der andere. Sein Name ist Lord Shackton. Also das ist nicht so'n starken Angriff, Nami. Wie andere Charaktere. Autsch. Aber es macht Spaß mit Thunderbolt Tempo rumzuspammen. Wieso geht Hachi eigentlich unten lang? Ich geh mal nach unten zu Hachi. Hachi! Äh, ich wollte gerade meine Blitze rausschleudern. Nicht ein gemein Typen. Hat sie auch mich gerade beleidigt? Sag ich dran, du hast immer noch Schulden bei mir, ne? Auch wenn du mir das Geld zurückgegeben hast, in voller Summe, was ich dir damals in... Äh, Lockdown geliehen habe, weil du dir Swerter kaufen wolltest, aber die du ihm sonst bekommen hast. Was? Ah, Nami ist Zinsatz, ist es halt. Nichts. Ich hab's drüber noch zu, ist deswegen... Das ist schon recht nerven, da nerv ich das Name, das sie jedes Mal sagen muss, wenn sie Geld einsammelt. Aber nur so ein Büchchen. Ach, wenn ich jetzt schon mal wieder auf meine Lebensenergie gucke, das wird spaßig gegen Kizaru. So, Mr. Kommandant. Weg mit dir. Dankeschön. Ich lasse den gar keine Wahl. Wie viele sind das denn noch? Tausende. Ich hab grad keinen Gegner, also muss ich hierher kommen. Obwohl ich hab immer noch einen kleiner roten Punkt auf der Karte. So. Ein kleiner roter Punkt. Was willst du denn? Was ist? Hast du Angst vor einer Frau? So. Oh. Oh, Vakil. Tschüss. Oh, Vakilu. Mit denen da oben auch noch platt. Einfach nur weil. Als ich mich Changsims, aber ohne Archipel, nach dem Timeskip gegrindet habe. Da hab ich auch ALLES. Oh nein. Kuba ist da. Obai, nee, das war ja schon Pazifista, ne? Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Oh, so. Wir werden nicht nur machen. So, so, so. So, so. So, so. So, so, so. So, so.